hallo und welcome heute bin ich mal wieder mit meinem fast 100 prozent junk journal beschäftigt also das cover gefällt mir bisher immer noch richtig gut das lasse ich auch so was wir in der zwischenzeit uns zugelegt haben jetzt immer noch das ist aber arbeit ist dieser stanzsack ein flüssig kleber haben wir uns gekauft was hatten wir denn noch mehr noch nicht ich habe hier immer noch diese schminke und dann habe ich noch so ein nagellack gefunden der kann irgendwie nix ja also schere und diese ganzen sachen bis da ja die habe ich euch schon gezeigt alles was ich im haushalt habe inklusive zahnpasta und jetzt würde ich ganz gerne starten dass ich zum beispiel was könnten wir uns denn als nächstes kaufen was nicht so viel geld kostet womit man richtig viel machen kann ich würde sagen wir nehmen gesso gesso also damit ist man wirklich wirklich gut aufgestellt wenn man so was hat und man kann unheimlich viel damit machen und ich habe mir überlegt was habe ich denn so mit als erstes gekauft als ich so mit dem junk journaling angefangen habe und da sind mir doch wieder kleinen da sind mir wieder diese kleinen schablonen in die hände gefallen also ich glaube die habe ich wirklich mit als erstes gekauft und ich glaube die hat fast jeder von uns kosten nicht die welt kommen aus china ist glaube ich ein 10er oder 12ern zu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vielleicht fehlt auch einer oder ich habe nicht erzählt auf dem fall ist das zum packen mit den unterschiedlichsten motiven und ich finde, und ihr seht ja auch schon, ich habe die wirklich schon ordentlich benutzt und das ist echt kein Fehlkauf, wenn man sowas hat. Ja, also mit Gesso und diesen, da kann man wirklich unheimlich viel mitmachen und ja, man braucht noch nicht mal ein Spachtelmesser oder irgendwas, es reicht, wenn ihr so eine alte Kreditkarte oder Schenkkarte oder irgendwas so in der Art habt, damit kann man dann schon wirklich unheimlich schöne Akzente setzen. Ja, und ich habe mir, was habe ich, ach, ich habe mir für heute was vorgenommen. Das war unsere Seite vom letzten Mal. Die ist ja so eigentlich ganz in Ordnung, aber die hat natürlich, ja, die ist ja einfach so eindimensional. Und da würde ich jetzt gerne, wo ich es ja dann jetzt endlich gekauft habe, einfach mal zeigen, wie schnell man da auch einen 3D-Effekt reinkriegt. Also ich nehme mir jetzt ein bisschen von diesem Gesso und ich nehme eigentlich nur meinen Finger und mache so ein bisschen, so ein bisschen helle Blüte hier so in die Mitte. Und hier habe ich ein bisschen so viel, dann nehme ich wieder was runter. Seht ihr, da kommt das Ganze direkt so ein bisschen zum Strahlen. Hier unten die, den Rest streife ich jetzt mal hier so ein bisschen in den Rand. Einfach nur so zum Angrunschen. Und das hebt natürlich auch noch mal nah, also hellweiß, direkt sich in den Vordergrund. Und ich glaube, auch das Körbchen kriegt jetzt mal so ein bisschen Akzente. Das ist mir nämlich auch viel zu eindimensional hier. So, halt wie so ein älterer Zaun aussieht. Ach, ihr Ölchen, die muss ich ja nicht anmalen, ne? Hab ich denn mal irgendwie... Der Mann hat ja nie Papier, ne? Als Chang Chang, das ist ja ganz furchtbar. Doch hier unten habe ich... Ah, da habe ich mir doch was bereitgelegt. Wo seid ihr denn hier? Und mit uns hintergründlich anmalen. Machen wir das jetzt mal noch ein bisschen streifig. Ja, als Kinder haben wir ja auch kein Problem damit gehabt. Einfach mit den Händen zu malen, wenn kein Pinsel oder ähnliches... Oh, das klebt nicht. Das kleben wir mal nach. Ja, wenn sowas nicht in der Nähe war. Das klebt alles an, bin ich. Was habe ich denn da gemacht? Ach, das war diese glänzende Seite. Ja, da müsste man wahrscheinlich zum besseren Kleber nehmen. So, das kommt auch schon alles wieder noch ein bisschen besser raus. Und an den Blütenstängeln auch ganz kurz so ein bisschen Akzent setzen. Das würde da so... Im Englischen sagt man Highlight. Im Deutschen wäre das dann ein Lichtpunkt. Ganz zart. Das Jessor ist nicht so stark deckend. Da kann man da so ganz leicht so ein bisschen über die Wasserfarbe gehen. So, jetzt haben wir das da schon viel lebendiger gestaltet. Und dann habe ich gedacht, mit dem alten Nagellack, beziehungsweise mit dem Nagellack, der nichts kann. Also auf Fußnägel nicht. Aber damit könnten wir doch so... Ja. Das ist, glaube ich, auf einer anderen Seite schon mal getestet. Kann man so kleine Blütenpunkte machen. Es gibt ja auch dieses... Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das wirklich heißt. Perlen. Perlen. Fällt noch nicht mal das englische Wort ein. Liquid Perls. So, flüssige Perlen. Das ist ja eigentlich fast nichts anderes. Oh ja. Ein paar Lichtpunkte. Äußert. Puh. Es stinkt. Oh, ich hoffe, dass das verfliegt. So. Oh, mir da. Ist mal wieder mein Sohn im Hintergrund. So. Und jetzt würde ich gerne mal mit der Schablone euch irgendwas zeigen. So, hier kommt die Eule wieder rein. Also mal die andere Seite nehmen. Macht sich auch ganz hübsch. Jetzt habe ich... Wo könnte man denn mal... Oh, man darf die andere Seite, damit das trocknen kann. Hier würde ich gerne noch so ein paar Akzente draufsetzen. Und da schaue ich jetzt mal, was mir denn hier passen würde zu den... Schmetterlinge gehen immer, ne? So, genau. So, Schmetterlinge gehen immer, habe ich gesagt. Machen wir das doch auch mal. Ich würde mal sagen, hier so ein... Wie rum sind die? So sind die richtig. Ich würde gerne hier diesen weißen. Und dann nehme ich mir jetzt diese Kreditkarte. Versuche da mal, den Schmetterling zu treffen. Gut, gut. Dann können wir das mal ein bisschen sauber wischen. Und fangen lassen. Mal sauber wischen. Okay. Und hier unten in die Ecke hätte ich gerne noch einen. Nee, nicht im Sturzflug. Bitte nach oben. Och. Okay. Der ist ein bisschen zermatscht, aber okay. Also, weniger ist da dann auch manchmal mehr. Vielleicht ist es damit besser, das einfach mit einem Tuch zu tupfen. Das probiere ich doch direkt mal. Dann kann ich das ja mal direkt probieren. Und hier oben. Da machen wir mal einen auf ganz kitschig. Mal einen. Habe ich jetzt zu wenig? Ich habe mal so einen hier auf der Blüte. Ich denke, ich habe zu wenig. Ja. Da müssen wir mal ein bisschen nachnehmen. Also für jemanden, der wirklich einen schmalen Geldbeutel hat, der kann sich wirklich mit ganz, ganz wenig trotzdem was Schönes machen. Und dann gibt es ja inzwischen diese ganzen Läden, die einen sowieso zum Kauf verführen. Und dann sowas auch wirklich nur noch ein paar Cent kostet. Ja, das ist mir jetzt zu weiß. Das ist auch etwas, was ich jetzt angehen möchte. Grundsätzlich ging es mir ja darum, einmal zu zeigen, da haben wir es doch schon direkt angeglichen, einmal zu zeigen, wie, 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 mit wie viel wenig oder mit wie viel kostenfreiem Material man was gestalten kann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also einmal wollte ich das zeigen. Ach so, ja, genau. Ich wollte zeigen, mit wie viel kostenlosen Material man was gestalten kann. Habe ich ja auch auf fast jeder Seite gemacht. Und jetzt muss ich das mal rausnehmen, weil das muss erstmal alles trocknen. Und jetzt würde ich gerne den Versuch starten, das auch alles so ein bisschen miteinander zu harmonisieren. Ich habe da schon angefangen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein beim Umblättern. Ich habe da jetzt schon angefangen, überall mal ein bisschen von meinem Kaffeespray raufzusprühen, damit wir, ich habe zwar das Thema Natur, also Pflanzen und Tiere, hier schon im Vorhinein gewählt, damit es nicht ganz so wild wird. Aber jetzt ist das natürlich alles sehr unterschiedlich, weil ich auch alles unterschiedliche Materialien euch zeigen wollte, was geht. Und jetzt versuche ich einfach, das mal alles so ein bisschen auch miteinander zu harmonisieren. Selbst hier meine schreckliche, pinke Seite. Nein, Seite, du bist gar nicht so schlecht. Ich bin halt nicht so ein Pinky-Fan. Vielleicht liegt das auch daran. So, also alles habe ich immer mal so zwischen euch eingesprüht und dann lege ich da was zwischen und dann lasse ich das wieder trocknen. Und ja, für die Seiten habt ihr jetzt ganz viele, denke ich mal, Ideen schon bekommen. Und jetzt würde ich auch mal daran gehen, das Kleinzeug zu machen. Wie ich zum Beispiel einen Tag gestalte aus einem Restmaterial. Dann kann ich nämlich das Buch jetzt mal zur Seite legen. Dann kann ich das schön trocknen. Hier war ich ein bisschen voreilig. Mit dem Wein legen. Tak. So. Ich hoffe, das hält so. Also, bis gleich. So, da bin ich. Hier habe ich eine Verpackungspappe. Und ich denke mal, die hat ja eine nette Tech-Größe. Weiß ich mal hier ab. Da können wir zwei draus machen, finde ich. Das mache ich auch. Die werden jetzt nicht genau groß, aber es geht mal einfach nur darum. Um die gerade abzuschneiden. Deswegen lege ich das hier gerade an. Und hier das kleine Messerchen. Ihr könnt euch natürlich auch eine Linie ziehen und mit der Schere schneiden. Aber ich bin... Oh, ich bin ein kleines Fauli. So, hier habe ich aus der einen Landlust so ein Ding. Und das ist so Weihnachten. Weihnachten wollte ich jetzt so nicht mit haben. Aber... Ich denke, Natur. Und da würde ich... So, und da würde ich dann hier die Kerze ausnehmen, weil... Im Prinzip spricht auch Winter ja nicht dagegen. Aber ich möchte jetzt da keine Kerzen drin haben. Und dann... Zeichne ich mir das kurz an. Hey, das ist ganz schön rutschig. Ganz schön rutschig, das Material. Da sollten wir vielleicht einmal, wie bei dem... Bei dem Vogel vorne so ein bisschen mal aufrauen. So, ich bin auch kurz mal mit Schnörgelpapier drüber gegangen. Ich sehe gerade, ihr seht gar nicht so viel auf meinem Tisch. Ich habe hier so ein paar Fehlausdrücke. Die kann ich mal hier hinlegen. Das große Buch ist weg. Hol ich euch näher ran. So. Und dann... Machen wir da mal ein Techdrasen. Tag. Dann auf die andere Seite. Umgedreht das Schnipselchen. Abschneiden. Okay. Loch. Da hatten wir ja uns hier dieses aus dem aus dem Werkzeug Kasten. Dieses kleine. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung. Ausgesucht. So. 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 ein bisschen sehr knapp gewesen, habe ich mir fast gedacht. Das hast du nicht schön gemacht, Fräulein. Mach das bitte demnächst ordentlicher. Aber wir müssen uns ja zu helfen. Bitte kenne ich nichts, wird der Hafer abgeschnitten und jetzt ordentlich verklebt. Okay. Okay. Ich nehme mal den Baum und auf dieser Seite. Das habe ich aber nicht richtig. Ach, das ist durch das Begradigen. Ist das so ein bisschen schief geworden? Na ja, schief ist Englisch und Englisch ist schick. Diese Seite haben wir gemacht. Hier möchte ich jetzt einfach nur mit dem Gesso ein Muster drauf machen. So, dieses Bohrmuster, das finde ich ganz... Oh, das hat ja nichts mit Natur zu tun, ne? Okay, ich gucke noch mal weiter. Ich glaube, weil mich zu ändern zu können, da wären auch mal Honigwaben bei gewesen. Das ist wahrscheinlich die, die mir fehlt. Die sehe ich jetzt gerade auf, aber nicht nicht. Na, rot. Also nochmal. Natur. Natur, Natur, hilft mir doch mal hier. Da ist Natur. Blume. 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 Da möchte ich jetzt wieder mit dem Gesso arbeiten. Und den Spachtel. So ungefähr mittig. Mach ich von oben an. Und ziehe das hier so runter. Ja. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Mache ich das hier auch direkt. Und da ich noch ein bisschen Gesso habe, nehme ich auch hier das noch. Und verstreiche den Rest. Prima. Mal nix umkommen lassen. Und jetzt war meine Idee, die Rückseite einfach so zu lassen und nur mit dem Kaffeespray, was ich hier verbuddelt habe, einzusprühen. Trocknen zu lassen. Trocknen zu lassen. Band dran. Und fertig. Fertig. Also der hier ist fertig. Der andere nicht. Oh. Mach schon direkt ein Hintergrundbild. Auch nett. Ja, das lasse ich jetzt trocknen. Und kommt dann Band dran. Und dann stecke ich das in das Journal. So, fast getrocknet. Ist noch ein bisschen feucht. Ist noch ein bisschen feucht. Also diese Riststücke stempelt. Und da habe ich gedacht, das könnte man noch jetzt hier so einfach mal so nett drauf kleben. So. 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 Und auf der anderen Seite. So. 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 Ich hatte noch so. Hier ne. Mit unserem genialen ersten Stanzer, den wir uns gekauft haben. So hin. Hatte ich auch aus Rechtstücken. Und dann habe ich das auch gestempelt. Das wäre doch was ganz Nettes. Da ist ein Hufeisen und ein Kleblatt drauf. Na ich glaube da passt noch ein bisschen was. Alles auf dem glänzen und damit das hält. So. Hufeisen bitte richtig holen. So. Okay. Diese beiden Seiten. Jetzt harmonisieren wir das noch ein bisschen. Mit. Wo ist das Stempelkissen? Hallo. Ach der hinten. Das ist hingerutscht. Mit dem Stempelkissen. Das ist noch ein bisschen feucht. da. Das wird schon noch trocknen. Rückseite auch. Ja. Da hat auch einen kleinen Check gezaubert. Das ist mir noch ein bisschen zu hell. Da gehen wir mal mit der Schminke dran. Oh. Zeräuselt schon. Na dann. Oh. Das sieht ja ganz schlecht aus. Das hält richtig gut auf dem Gesso. Ja. Was ein Zufall. Könnt ihr das sehen? Ja. Ach. Was ein toller Effekt. tun wir mal das doch hier auch. Ja. Das stecke ich jetzt in das. Ja. 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 Wir hatten hier vorne. Ja. 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 Und da hatten wir. Hätte ich die nur so reingesteckt. Ja. Genau. Ach. Das passt ja auch noch hier zu den Baum. Kommt er hier rein? Andersrum, dann hat er mehr Kontrast. Aber erst mal lasse ich es trocknen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.